Instagram oder Twitch? Instagram. Sommer- oder Wintertrainingslager? Sommer. Kreuzberg oder Friedrichshain? Kreuzberg. Seed oder Sido? Seed. Telefonieren oder WhatsApp? WhatsApp. Ost-Berlin oder West-Berlin? West. Schlenzer oder Vollspann? Schlenzer. BFC Dynamo oder Union? Dynamo. Übersteiger oder Elastico? Elastico. Pool oder Eistonne? Pool. Brandenburger Tor oder Siegessäule? Brandenburger Tor. Berghain oder Prinz Charles? Prinz Charles. Hund oder Katze? Hund. Ronaldo oder Messi? Messi. Telefonieren... Ah, haben wir schon. Wurst oder Vegetarisch? Vegetarisch. Laktat-Test oder Puls-Uhr? Puls-Uhr. In der Mittagspause. Schlafen oder FIFA spielen? Schlafen. Danke. Bitte. Vielen Dank.